Dieses Jahr erscheint wohl das beste Set des Jahres. Um welches es sich handelt und welche Karten drin sind, das schauen wir uns jetzt an. Ja Leute, es geht um ein neues Set. Und dieses Set hat es komplett in sich und ist wahrscheinlich das beste Produkt des letzten Jahrzehnts. Auf jeden Fall das beste Produkt des Jahres, das kann man definitiv sagen. Obwohl wir noch nicht wissen, was in den Tins kommt, wird eben dieses Set garantiert die Tinbox toppen. Worum geht es? Wir haben ein 25-jähriges Jubiläum und dementsprechend gibt es eben dementsprechend neue Sets. Wir haben zum einen Reprints der Retro-Sets, wir haben die Tinbox, die ebenfalls ein bisschen anders sein wird. Und wir haben die Rarität-Collection und das ist das neue Set, was eben angekündigt wurde. Und dieses Set ist un-unglaublich krass. Denn welche Karten hier drin sind, glaubt ihr gar nicht, denn es sind einfach alle krassen Karten, die es gibt. Stell dir eine Karte vor, die gerade krass ist, die auch teuer ist, die du gerne billiger hättest. Ja, die ist hier drin. Also das Set ist ziemlich krass und man sieht hier schon, es sind 79 Karten. Man weiß noch nicht genau, welche alle. Ein paar sind schon bestätigt, also dementsprechend diverse sind schon bekannt. Aber es ist natürlich ein Raritäts-Collection und das ist ein Set, was in Japan öfters rauskommt. Das heißt, in Japan gibt es dieses Set ebenfalls. Und man kann natürlich gucken, was in Japan dort so drin ist. Denn ja, das Set kommt halt rüber, ist quasi wie ein Hauptset, ne, in Hauptset kommen ja auch die Karten immer rüber. Klar, es gibt immer ein, zwei Veränderungen, vor allem die OCG und TCG-Imports. Hier wird es natürlich keine Imports geben, aber hier wird es eben vielleicht die eine oder andere Karte anders sein. Denn, ja, im Japanischen ist eben Maxe drin, ne. Also dementsprechend, ja, Maxe, naja, vielleicht ist es das. Vielleicht kriegen wir ja doch Maxe zurück, wer weiß. Aber mal gucken. Auf jeden Fall, das ist eben das Set. Wir gucken uns erstmal drin, was drin ist und dann sag ich mal, wie das Set funktioniert. Denn dieses Set ist ziemlich cool, auch wie es aufgebaut ist, was ihr ziehen könnt, was ihr pro Pack kriegt. Also würde ich sagen, let's go. Ja, hier ist eben das Set und das Besondere ist hier, hier ist natürlich diese Quantry Secret Rare drin. Und ebenfalls gibt es hier etwas sehr Besonderes, denn wir haben hier die Rarität der Karte. Also wir haben eine Karte in verschiedenen Raritäten drin. Wir sehen ja zum Beispiel, hier ist eine Ash in Secret Rare, aber wir sehen hier auch eine Ash in Quantry Secret Rare. Bedeutet also, wir haben die Karte hier eben in allen möglichen verschiedenen Raritäten drin. Und wir sehen hier gleich, die erste Seite ist schon der Knöller. Wir haben hier drin Ash, Whaler, Maxe. Wie gesagt, da muss man gucken, ob die zu uns kommt, aber vielleicht, wer weiß. Wie gesagt, Dogmatiker, Impermanence, Baronen, Bell, Call by the Grave, Überläufer, Überläufer natürlich, sehr nice. Nibiru, Evli Match, Selene, okay, Wayne Watt, nehmen wir mit, ne? Pot, natürlich, Dark Ruler, natürlich, Dark Lord, Droplet, Downert, Antikaffeentrache, Lightning Storm, Pot of Desires, Tacticals, Shifter, Nadia, der andere Pot, Savage Dragon, Lavagoon, Small World. Also, es hört nicht auf. Dimensions bei, es ist einfach absolut krass. Abramax, Verstärkung für die Armee, Punishment, Antis, Fossil, Fallen of Albas, Herold, Chaos Space, Redewer, Dark Spear, Summon Limit, Inspector Border. Na gut, die wollen wir nicht, aber ist auch hier drin. Ice Dragons, Prison, Shaddao, Skirin, Spellbook of Judgment, Benden, Junk, Speeder, der da natürlich auch noch seine Prime kriegen wird. Alpha, auch nicht schlecht, natürlich auch Dangers sind hier drin. Dementsprechend, sehr, sehr nice. Wie gesagt, Droplet hatten wir schon, Ruler hatten wir schon. Und ja, ihr seht, hier ist eine Menge, 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 Menge drin. Es ist ein unglaublich krasses Set. Und ja, was soll ich sagen, es ist halt wirklich crazy. Und dieses Set wird halt da sein. Wie gesagt, ihr seht, es ist alle Handraps drin. Es sind die guten, teuren Karten, wie Droplet, wie Pot, wie Baronin, Savage Dragon. Ist jetzt nicht preisklasse in den anderen Karten, aber es sind halt Karten. Dann zusätzlich Staples, wie coole Karten, wie Überläufer, Called by the Grave, Evil Match und so weiter und so fort. Wir sehen hier einfach eines, Dark Ruler natürlich auch super gut. Die anderen Pötte kann man natürlich mitnehmen. Tacticals, Lightning Storm. Also ich brauche mich nicht wiederholen, glaube ich. Das Set ist krass. Hier sind coole Karten drin, hier sind coole Reprints drin. Und eigentlich ist das sozusagen die neue Box, wo man sagt, ey, ich will neu anfangen mit Yu-Gi-Oh! Was soll ich kaufen? Kauft euch diese Box. Denn wenn ihr dieses Set kauft, ist ja einfach geil. Ihr kriegt ja alle Staples sofort. Also natürlich sagt man ja mal für Einsteiger, kauft dreimal Structure Deck. Let's go. Und dann müsst ihr natürlich noch gute Karten kriegen. Ja, kauft euch das Set. Hier kriegt ihr alle Handraps. So, aber wir gehen ja mal zurück auf eben die Seite und gucken uns an, wie das Ganze funktioniert. Wie das Set funktioniert. Denn man kann ja sagen, ja okay, in Japan ist das so rausgekommen. Würde es denn auch in TCG so rauskommen? Naja, die Anzeichen sprechen komplett dafür. Denn dieses Set funktioniert auch wie ein japanisches Set. Und jetzt fragt ihr euch, was meine ich denn damit, es funktioniert wie ein japanisches Set? Naja, ganz einfach. Und zwar in Japan ist es so, dass in einem Booster Pack jede Karte quasi in Foil existieren kann. Aber auch in ihrer Grundrarität. Zum Beispiel eine Kammin kann auch ein Foil kriegen. Bedeutet also, eine Kammin kannst du auch in Nicht-Kammin bekommen. Und hier ist das Ganze nämlich genauso. Denn es steht hier, alle 79 Karten werden in sieben unterschiedlichen Raritäten erhältlich sein. Inklusive zwei neuer Raritäten, die wir nicht im TCG haben. Das heißt, jede Karte, die ihr gerade gesehen habt, werden in sieben verschiedenen Raritäten in diesem Set sein. Klar, es sind nur 79 verschiedene Karten. Aber aufgrund der sieben unterschiedlichen Raritäten kann es natürlich sein, dass ihr halt gefühlt eine Karte gar nicht zieht. Also zum Beispiel ihr wollt Droplet haben und zieht alles andere außer Droplet. Weil ihr zum Beispiel Ash in Super Rare, Ultra Rare, Grand The Secret Rare und so gezogen habt. Von daher muss man gucken, wie die Verteilung ist. Nichtsdestotrotz ist hier alles hier in dem Set enthalten. Bedeutet also, alle Karten, die ihr eben gerade gesehen habt, werden in sieben verschiedenen Raritäten hier drin sein. Darunter Super Rare. Das heißt, ab sofort alle Karten, die ihr gezeigt habt, zum Beispiel Droplet. Droplet, eine sehr beliebte Karte, die natürlich immer Secret Rare ist. Oder Ultimate Rare. Die gibt es jetzt in Super Rare. Also das heißt, Super Rare ist jetzt die loweste Rarität aller Karten, die hier quasi drin sind. Also das ist interessant. Also du kannst low Rare, super Rare spielen. Aber auch in Ultra Rare ist das Ganze zu erhalten. Oder in Secret Rare ist das Ganze zu erhalten. Oder eben in Qantas Secret Rare, was ja quasi wie eine Starlight Rare aussieht. Ebenfalls bekommen wir zurück Platinum Secret Rare. Da muss ich natürlich sagen, Platinum Secret Rare, der eine sagt, das ist absolut hässlich. Der andere sagt, das ist absolut hübsch. Geschmackssache. Aber gibt es hier auch wieder. Letztes Mal 2015 in der Mega-Tin. Jetzt ebenfalls hier enthalten. Bedeutet also, ja, diese Secret Rare Wahrscheinlichkeit geht auch. Also ihr seht schon, wir haben hier drei verschiedene Secret Rare Raritäten drin, die eben die Karten erhalten können. Dann ebenfalls, neue Prismatic Collectors Rare. Wait, um es extra mit extra Sprengel. Das Ding ist, genau, hier sieht man auch aus der Collector Rare Technologie, die da vorkommt. Man kann das ein bisschen vergleichen eben mit einer Collectors Rare. Wenn man über die Karte fasst, sieht man, dass die Karte eben, ja, so quasi Erhöhung hat. Ist wie bei einer Collectors Rare, da spürst du das ja auch. Ähm, und zusätzlich ist dort eben, ähm, so kleine, äh, kleine Erhöhung allgemein über die Karte. Was halt die Rarität ausmacht. Und, ähm, ja, das ist das Ganze. Äh, es glitzert sehr viel. Und, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Collectors Rare bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass die Schrift Silber ist. Ähm, was natürlich cool wäre, ähm, weil sie dann, äh, aussieht ein bisschen wie eine Ultra Rare. Aber ein bisschen aussieht auch wie eine, äh, Secret Rare. Das ist nice. Ja, und dann die Prismatic Ultimate Rare. Und ja, Leute, Ultimate Rare. Ja, wir kriegen einen Ultimate Rare Effekt wieder. Heißt, out of the, äh, OTS Packs, äh, rein in die Ultimate Rare. Und das ist geil. Ebenfalls auch eben im, äh, Prismatic Style. Bedeutet, die Karte wird halt trotzdem glitzern, ne? Ähm, nice. Ist richtig krass. Das heißt also, wir haben hier einfach krasse Ultimate Rares. Wir haben Collectors Rare, nice. Und wir haben Platinum Secret Rare, was sehr ähnliche. Äh, äh, das ist ja nicht neu. Und Quantic Secret Rare, was halt quasi aussieht ein bisschen wie eine Starlight Rare. Ähm, krass auf jeden Fall. Wie gesagt, die Karten, die ihr alle gesehen habt eben, werden in diesen ganzen, könnt ihr in einen dieser Raritäten ziehen. Also könnt ihr auch häufig ziehen. Also wie gesagt, Super Rare und Quantic Secret Rare, die gleiche Karte. Und, ähm, ja, wie sieht das, äh, Text aus? Bestätigt übrigens, ähm, das meinte ich ja, es ist noch nicht alles bestätigt. Bestätigt ist Ash Blossom, ist Nibiru, ähm, ist Effektverschneidung in Permanence. Das heißt, hier die Head Traps sind schon bestätigt. Baron ist bestätigt, Savage Dragon ist bestätigt und, äh, God Slime ist bestätigt. Ebenfalls Port of Prosperity, Triple Jack Attack Tales und Forbidden Droplet ist bestätigt. Aber ich vermute dann auch, dass Dark Ruler und so drin sein wird, weil, warum nicht? Ich meine, es ist halt, ja, also ich glaub, nur das 1 zu 1 kommt. Es macht jetzt keinen Sinn da, irgendwelche Scrap Karten reinzupacken. Also, allein die Reprints reicht schon für ein gutes Set, aber es wird halt allgemein Stables Karten sein. Ähm, genau. Und dann geht's hier noch, ähm, wie die Struktur des Sets ist. Äh, und dieses Set wird wie folgt gehandelt. Und zwar, du wirst in dem Set 5 verschiedene Karten bekommen. Bedeutet also, du kriegst 5 Karten pro Pack. Und wir haben hier 2 Super Rares, also 2 Super Rares safe. Ähm, ja, 2 Super Rares. Eine Secret Rare, worunter theoretisch eben auch eine Platinum Secret Rare oder eine Quanta Secret, äh, oder Name, ne? Äh, Quarter Century Secret Rare sein könnte. Bedeutet also, wir bekommen nur eine Secret Rare und die dann halt eben eventuell im Normal Secret Rare oder eben in den, ähm, abgegradeten Secret Rare, ähm, Effekten. Also, müssen wir dann sehen, was man erzielt. Wie gesagt, wie oft das ist. Ähm, ja, äh, 1 zu 4, ähm, ist nicht sooo krass hoch. Also, 1 zu 4, ähm, ja, in jedem vierten Pack. Ist dann eine Platinum Secret Rare oder eine Quanta Secret Rare? Ähm, ist beim Display, ich weiß natürlich nicht, wie, wie viel, ähm, Display hier haben wird. Ich denke mal, ein Display wird 24 Booster haben, vielleicht 32, aber ich glaube eher 24. Heißt also, äh, wir haben hier dann doch einige, äh, Quanta Secret Rare, was echt nice ist. Und dann haben wir die 2 Ultra Wares, die ebenfalls noch enthalten sind. Und davon wird eben, each of which has individuelle 1 zu 6 Chance, umgeupgradet, eben in den neuen Collectors Rare oder Ultimate Rare. Bedeutet hier, wir haben hier nur eine 1 zu 6 Wahrscheinlichkeit, aber das ist doch bei einem Display doch ziemlich hoch. Bedeutet also, wirklich, wenn ihr euch ein Display dieses Set holt, kriegt ihr erstmal einen Haufen Staples, garantiert. Und dann eben diverse, also nicht nur eine, sondern diverse, äh, coole Secret Rare und diverse Ultimate Rare, beziehungsweise eben Collectors Rare, ähm, im, im Prismatic Look, ähm, bedeutet also, wir kriegen hier eben nicht so, oh ja, toll, wir haben jetzt hier eine krasse, ultra, seltene Rarität, du kriegst die nur in jeden fünften Case. Nein, Leute, das ist in jedem Display mehrfach. Ähm, ist ziemlich krass, äh, ich hoffe, es ist wirklich so, wie es sich hier liest. Kann nämlich sein, dass am Ende das dann natürlich dann doch nicht so sein wird, beziehungsweise, ähm, es sich anders verteilt, aber muss man halt sehen. Aber, erstmal im Großen und Ganzen, ultra krasses Set, ultra krasses Set, aufgrund der Reprints und ultra krasses Set aufgrund der Raritäten. Denn ihr werdet hier totgeschmissen mit Raritäten. Jetzt kann ja einer noch sagen, ja, ist ein bisschen schade, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, eben in der neuen Rarität, zum Beispiel in der Ultimate Rare, eben eine Ash Blossom ziehe, dann ist die ja gar nicht so viel wert, dann geht die nur 20 Euro. Erstens, ähm, muss man bedenken, jegliche Karten sind hier drin. Das heißt, du hast eine 1 zu 6 Chance bei 79 Karten, ähm, bedeutet, dass ihr ausgerechnet die Ash Blossom zieht, ist dann doch wieder unwahrscheinlicher. Ich müsste mal mathematisch hochrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann wäre, um exakt eine gewollte Karte zu haben, obwohl es eigentlich ziemlich einfach, ne? Du musst 79 mal 6 machen, ne? Ähm, joa. Ähm, das sind dann doch wieder diverse Booster. Das heißt, um eine explizite Karte zu kriegen, müsst ihr dann doch sehr viel öffnen, aber ihr kriegt eben garantiert welche. Das heißt, ähm, hier ist sogar tauschen jetzt wirklich sinnvoll. Und man sagt immer so, ja, tauschen, ah, bringt gar nichts mehr. Aber jetzt, ganz ehrlich, ne? Wenn der eine sagt, ey, ich will zum Beispiel Dark Ruler haben in der Rarität, der andere sagt, ja, ich will eine Ash. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man die zieht, äh, muss halt viel öffnen. Aber wenn du random irgendwas ziehst, dann ziehst du garantiert eine, die man vielleicht tauschen kann oder so. Also das Set ist super. Es ist gut für Sammler, es ist gut für Spieler, es ist gut für Einsteiger, es ist gut für, ähm, sogar theoretisch halt, ähm, maximale Rarität oder Low-Rarität, muss man auch bedenken. Ähm, das heißt, hier gibt es wirklich alles und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Preisentwicklung hier entwickeln wird, weil dieses Set ist unglaublich krass. Also das ist halt wirklich eines der krassesten Sets überhaupt. Und ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auf dieses Set wirklich. Und das Ganze, ähm, ja, wird eben gelauncht, ähm, im 1.11.2013, äh, Quatsch, andersrum. Also das ist ja englisch. Ähm, 1.11.2023, bedeutet also, es ist noch ein bisschen hin, auch ein bisschen arg hin, das sind auch 5 Monate ungefähr. Ähm, na gut, das sind jetzt noch 4 Monate. Aber ja, es ist noch ein bisschen hin, aber dieses Set ist halt echt krass. Und ich wollte es natürlich voranhalten, weil das ist wirklich das beste Set überhaupt. Wenn nicht sogar das beste Set, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten, weil es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, oder zumindest in den letzten 5 Jahren, weil es ist so einsteigerfreundlich, so für alle etwas. Und ich glaube, ich wiederhole mich jetzt hier immer wieder. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, ja, was haltet ihr von den Sets? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.